ja die runde geht auch also geht alles brauchen jetzt sonderlich müssen halt nur sechs tds oder mediums das könnte das so ein bisschen das ja beschädigen sie verschiedene gegner verzeuge das ist ja nicht mal so gesagt dass wir da diese also es ist alles noch drin jungs sage ich ganz ehrlich ist alles noch drin kurz auf kio alles klappen sie sie haben fall jetzt einfach hier vorne ran hier so in diesem bereich gucken dass wir ein bisschen damage raus kloppen vor die anderen da sind hoffe dass wir das feld halbwegs nehmen können dass wir nicht so unter druck stehen von oben wenn doch müssen wir mal gucken dass wir uns mehr da auf die linke seite fokussieren also auf diese gas hier war hier ein 705 fett hoch ist erst mal nicht schlimm 899 über gefühlt 500 Meter also da von 255 52 Meter und wenn noch einkommen das sind kunden da oben so machen die denn da mit ihren zwei heavies naja ich kann hier schon ein bisschen schön fahren das ist dann ordnen da möchte ich mich doch ungern beschweren da kommt die 30 peak mal nicht schlimm passiert in die kette geschossen ich muss jetzt einfach hier eiskalt vor würde ich sagen die 113 an 7 5 war es oben und die anderen machen hier ja sagen fertig ab weiter geht's wir müssen jetzt durch pushen weit ist geld und geld ist gut nehmen den simultant jetzt hier noch drive by mit auf dem kranwagen machen jetzt hier noch einen schuss dann haben wir unsere unsere dreieinhalb und dann noch den 54er und dann haben wir die mischen abgeschlossen ich weiß nicht wo die schwer sein soll ja schon einfach durch auf arschlecken basis jungs wisst ihr ich mein außerdem natürlich wird jetzt gesirkelt wie der letzte mensch aber nichtsdestotrotz sollte ich ein schuss noch in den 55er und dann habe ich die runde abgeschlossen abgeschlossen und gewinnen tun wir das gefecht auch ohne probleme bin ich mir ganz ganz sicher deswegen ist gar kein problem die 15 der block müssen abzuschließen mein team noch mal am start oder so finde ich ganz geil dass man jetzt kaputt ist zurückziehen aber die wichtigsten zwei sachen haben wir gewonnen ist es also 100 prozent mit nebenbedingungen abgeschlossen 5400 damage passt bananen republik bewohnern egal was ich in namen so wie schaut es auskriegen wenn schutzwagen rein ab ich habe schon easy carry machst du mir nochmal mit 15 und hatte 15,40 krone, kein Problem at least, alle Aufträge für Blogs sind abgeschlossen sehr schön und hatte 15,40 krone, kein Problem